Hallo, Claudia Schiesel, mein Name ist AKCiwik. Demnächst geht die vierte Staffel Inside Politics los und ja, wir rüsten auf. Ich sitze hier in einem Panzer und demnächst schauen wir dann im Parlament und bei den Parlamentsparteien vorbei und werden sie zu den Neuwahlen befragen und was sie eigentlich planen für die nächste Legislaturperiode zu tun. So, in dem Sinne, gute Fahrt, bis demnächst. Nicht zu vergessen, im Oktober sind Wahlen und vierte Staffel Inside Politics. Mehr als Tagespolitik. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.